In diesem Video geht es um die Band Fleetwood Mac. Ich erkläre dir die wichtigsten Fakten von der Gründung bis zu den größten Erfolgen sowie die bekanntesten Songs. Fleetwood Mac ist eine britisch-amerikanische Rockband, die 1967 gegründet wurde. Ursprünglich begann sie als Bluesband und wurde von dem Schlagzeuger Mick Fleetwood und dem Bassisten John McVie ins Leben gerufen. Die Band hat sich jedoch im Laufe der Jahre stilistisch weiterentwickelt. Sie haben mehrere Genres durchquert, darunter Rock, Pop und Folk. 1977 veröffentlichte Fleetwood Mac ihr Album Rumors, das zu einem der meistverkauften Alben aller Zeiten wurde. Das Album brachte Hits wie Go Your Own Way und Dreams hervor. Rumors half der Band, internationale Bekanntheit zu erlangen und zahlreiche Auszeichnungen zu gewinnen. Die Mitglieder von Fleetwood Mac haben sich im Laufe der Jahre mehrmals geändert. Zu den bekanntesten Mitgliedern gehören Stevie Nicks und Lindsay Buckingham. Stevie Nicks ist für ihren einzigartigen Gesangsstil bekannt, während Lindsay Buckingham als talentierter Gitarrist und Songwriter gilt. Fleetwood Mac hat die Musikwelt in vielerlei Hinsicht beeinflusst. Sie haben nicht nur mehrere erfolgreiche Alben veröffentlicht, sondern auch Generationen von Musikern inspiriert. Ihre Lieder werden oft gecovert und in Filmen und Serien verwendet. Die Band hat weltweit mehr als 120 Millionen Alben verkauft. Dies macht sie zu einer der kommerziell erfolgreichsten Bands der Geschichte. Sie haben auch zahlreiche Musikpreise gewonnen, darunter Grammy-Auszeichnungen. Neben ihrem kommerziellen Erfolg hat Fleetwood Mac auch kritische Anerkennung erhalten. Sie werden oft für ihre musikalische Vielfalt und ihre Fähigkeit, emotionale und eingängige Songs zu schreiben, gelobt. Obwohl die Band sehr erfolgreich war, gab es auch interne Spannungen und Konflikte. Diese haben oft zu Mitgliederwechseln geführt. Trotzdem haben sie es geschafft, ihre musikalische Integrität zu bewahren und weiterhin erfolgreich zu sein. Fleetwood Mac ist bekannt für ihre musikalische Vielseitigkeit. Sie haben im Laufe der Jahre verschiedene Musikstile erkundet. Ursprünglich als Bluesband gestartet, haben sie sich zu einer Band entwickelt, die Elemente von Rock, Pop und sogar Country in ihre Musik einfließen lässt. Fleetwood Mac gilt als eine der ikonischsten Bands der Musikgeschichte. Ihr Einfluss reicht über die Musik hinaus und findet sich in der Popkultur wieder. Sie haben eine treue Fangemeinde und ihre Musik wird auch von jüngeren Generationen geschätzt. bleibt ein wenig, mails zu hören. jaws ausgehen. Sie haben eine Cl bottlesなん und gewaltete Spannung ab. Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.